Hallo, es wird mal wieder Zeit, Disco Elysium zu spielen und ja, starten wir mal los. Ähm, wo waren wir denn eigentlich? Ach, ich versuche gerade das erste Mal, meinen Remote Play Bildschirm aufzunehmen, einfach um zu gucken, wie das sich qualitativ anders anfühlt, anhört, aussieht, einfach um ein bisschen zu testen, wie das letztendlich sein wird und ob ich da in Zukunft so arbeiten werde oder ob ich weiter über die Playstation aufnehme. Aber jetzt erstmal nur ein Test und ja, dieses Video wird halt mein Versuchskaninchen sein. Aber gut, genau. Und für weitere Videos habe ich sogar vor, dass ich dann auch mit Kamera für YouTube aufnehme, nicht nur auf Twitch zum Streamen. Aber jetzt machen wir erstmal Disco Elysium. Alles klar, dann geht's los. So, wo ist der Rest der Rüstung? Genau, Leiche vom Baum holen, den verfluchten Gewerbeblock untersuchen. Ähm, ich suche immer noch diese Person an, äh, am Hafen. Aber keine Ahnung, wo ist denn die Aufgabe dazu? Ähm, mal kurz gucken. Ah, hier, gleich ganz oben. Ach, Mensch, gar nicht gesehen. Wo ist der Rest der Rüstung? Gehe zu den Hafenturen und frage den fröhlichen Mesken nach der Rüstung. Ah, ich weiß einfach nicht, wo der ist. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal drauf los. Mal sehen, was als nächstes passiert. Ich meine, in der letzten Folge stand ich nur im Auto und habe mich mit dem Funkgerät beschäftigt. Aber hat ja auch irgendwie gut funktioniert. Okay, ähm, ja, ähm, hier beim Aufstand waren wir ja noch nicht so richtig. Vielleicht ist ja hier auch noch irgendwas los. Hier ist auf jeden Fall, ähm, beschriftet mit der Abkürzung IHGR. Kann ich jetzt leider nichts mit anfangen. Aber gibt's ja sonst noch was? Man kann den Typ hier ansprechen, entscheidend. Dann machen wir das doch mal. Bastards! We have a right to work! Brüllt der Mann in Richtung der Hafenture. Seine Stimme ist die lauteste in der Menge und klingt für einen Mann seiner Größe eigenartig kreischend. Was ist hier los? Hold up and stay frosty everyone! Cops are here! Der Leitwolf mit den breiten Schultern dreht sich zu dir. Er überragt alle anderen hier um einen... ganzen Kopf steht da wahrscheinlich. You hear the fuck with us? Beat the honest worker down. Warum sollte ich... Ja! Nein! Okay, warum sollte ich? We are here to fight for a cause. Stripes usually have problems with people who have causes. Oh, dann auf jeden Fall. Okay, nein, ich schätze nicht. Good. We're fighting for a cause here. Ride to work! Ride to work! Jawohl. Besides, we're not that different. It helps if people see us talking, cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. Hm. Von was vor einem Ziel reden wir? Ich glaube nicht, dass ich mich bereits auf eine Seite geschlagen habe. Wie dem auch sei, ich habe einige Fragen an sie. Äh, ich gehe jetzt... Gut, von was vor einem Ziel reden wir? Rights of people. Rights of workers. To have gainful employment. To make a salary. And feed their families. Okay. Ich glaube nicht, dass ich mich bereits auf eine Seite geschlagen habe. It might be time. Don't let the fat bastards tread on you. Cops tend to side with the higher ups. You're essentially still workers. Ja, man kann leider den Untertitel, äh, nicht den Untertitel, äh, die Übersetzung nicht richtig lesen, weil das irgendwie drüber geglitscht ist. Äh, man kann ich leider nichts machen. I don't trust cops, but I can see you understand the right to work, right to work. Okay. Also wir haben mal Fragen, ne? Maybe you should ask them the questions, like, why we're not allowed to make a living here. Shame on you. Shame on you. Er zeigt mit dem Finger auf den Mann, der auf dem Geländer sitzt. So do we, Scott. Call me my Nana. Okay, äh, wie auch Streikbrecher schreit der herumlungernde Mann zurück. Ich will auch in den Haft. Ach, guck mal, da ist ja dann vielleicht auch der fröhliche Mesken. Ähm, was ist ein Streik? Wer sind die ganzen Streikbrecher, du siehst dich um, und welches Ziel verfolgen sie hier genau? Okay, wir sind die ganzen Streikbrecher. Der Mann fährt sich mit der Hand durch sein stetig grauer werdendes und militärisch geschnittenes Haar. We came here to help the Harbour run smoothly in time of crisis. If Union fucks don't want work, they ought to let in those who do want work. Mm-hmm. I have a question. Why do all these men follow your leadership? Gute Frage. You think they follow, because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market. The rules of the economy. Because they were given a job to do! Okay, wir fragen einfach mal, was ein Streik ist. When a bunch of ungrateful, lazy cockroaches can't get their act together, decide to block honest work from other people. Er bewegt sich unbehaglich in seinem Arbeitsanzug hin und her. Was wollen die Streikenden? Beats me. They mumble nonsense about boardrooms and workers' rights. While we have the right to work! Das klingt so, als wüsste er selber nicht, warum die streiken. Das ist, äh, sehr witzig irgendwie. Oh, yeah. Unstimmig. Was bedeutet das? His shirt is far too small and an unpleasantly tight fit, while the overalls held up by a belt seem to fit a man with much more corpulants. Hm. Ist ihre Kleidung neu? He ignores your question, choosing instead to turn to the emaciated workers, raising both fists in the air. The clothes are obviously not his. Hm, vielleicht gehört er dann einfach gar nicht dazu. You've been talking to him for quite a while now. Something is off with this guy. Ask him where he's from. Okay. Ich muss fragen, woher genau kommen sie? What are you? Ich bin neugierig, ich werde herausfinden, was es mit diesem Streikchaos auf sich hat. Das ist reine Routine, Teil der Ermittlungen. Sie kamen mir einen Augenblick lang echt bekannt vor. Das klingt eigentlich gar nicht schlecht. No, don't think we've met before. I came to help out the people. Hm, das verstehe ich schon. Ich interessiere mich für ihre Herkunft. Irgendwie einleuchten, schon gut. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Ich mach mal das erste. Hm, Sie waren Türsteher. Wo? Ich besuche viele Bars. Vielleicht ist es eine, die ich kenne. Ich kenne Bars. Wurde schon aus mehreren rausgeworfen. Vielleicht kommen sie mir deshalb bekannt vor. Ich bin eigentlich kein großer Freund des Alkohols, aber die Arbeit hat mich in die ein oder andere Bar geführt. In welche haben Sie gearbeitet? Ja. Ja, das erste ist gut. Ich glaube, da war ich mal oder gerade nicht, aber ich könnte mal dort gewesen sein. Ich habe kein besonders gutes Gedächtnis. Nie davon gehört, lügen Sie. Ja, das zweite. Aha. Das war ein lange Zeit. Er verliert schnell das Interesse daran, mit dir zu reden. Na gut. Dann fragen wir nur alle nach dem Ziel. Wir wurden geplant, arbeiten. Wir wären da drin, arbeiten, wenn die Barsche die Gäste nicht geöffnet haben. Und sie können sich keinen Zugang verschaffen? Hauptgäste sind geöffnet. Wir nehmen eine große Ordnung, um es zu öffnen. Wir versuchen, sie durch die Sekretärsfälle zu kommen. Das ist aber schlecht. Und ich meine nicht den Schrawny-Messbunk. Ich meine den Kopfbeschwerter. Oder was auch immer. Moment, Schädelvermesser. Haben Sie darüber nachgedacht, den Hafen zu stürmen? Zusammen mit allen? Wieso reden Sie nicht einfach mit den Gewerkschaftlern? Ähm, ja, okay. Schädelvermesser. Wie schlimm kann ein Typ schon sein? Sie sehen so aus, als könnten sie es mit ihm aufnehmen. Oh, du bist doch auch trainiert. Ich weiß nicht, wie die Union einen trainierten Schäfer hat da oben. Aber das ist kein Schraub. Und meine Männer sind lecker. Und lecker. Sie sind Arbeitnehmer. Oh, schön. Okay, also wieso reden Sie nicht einfach mit den Gewerkschaftlern? Ach, kommt schon an. Ah, der Mann kratzt sich am Kiefer. Er ist perfekt geformt, kantig, von leichtem Bartwuchs bedeckt. Ich will auch in den Hafen. Hab Spaß. Union-Shits are on full strike. Ich glaube nicht, dass sie dich durch die Garten lassen werden. Ich versuche, ihren grossen Bossen zu treffen. Ich weiß nichts über ein Mörder. Seine Antwort ist doch scharf und knapp. Die Mönchung der Mörder hat einen schmerzlichen Schäfer von Tänzen durch ihn. Interessant. Interessant. Absolut gar nichts. Warum so angespannt? Was sprachst du denn? Ich bin nicht Tänzen. Nee, überhaupt nicht. Fällt gar nicht auf. Was jetzt übrigens ein bisschen klappert, das liegt daran, dass mein Kabel gerade hier einen Absturz gemacht hat. Nichts Schlimmes weiter. Yes, he's tense. Yep, he is tense. And dangerous. Somewhere below it all. Beherrschung, Zwielicht, jetzt geht's los. Ich weiß nicht. Das ist echt nicht mein Fachgebiet. Klar, warum nicht? Okay, es ist nicht mein Fachgebiet. Pity. Okay, ich verschwinde jetzt einfach. Ich frage ihn jetzt nochmal, woher er kommt. Vielleicht kriege ich doch noch ein bisschen mehr raus. Ähm. Okay, ich bin neugierig. Big mess. Caused by union greed. But I only fight for the rights of people. Irgendwie einleuchten? Schon gut, ich wollte nicht auftreten. Ähm, ich gehe nochmal über, über diese Antwort. We're all workers, right? Workers stick together. Mhm. From the eminent domain. In Jamrock. Backgrounds and odd jobs. Heavy lifting. Cargo hauling. Bouncer work. I know the drill. Genau, ähm, das haben wir benutzt. Ähm. Ich nehme jetzt mal das dritte. Worked at territorial. Ring a bell. Jetzt, äh, nehme ich hier, nie davon gehört. Lügen sie. We're done here. I have a strike to break. Hahaha. Strikebrecher also? Okay. Ähm. Ja, er ist ja der Anführer der Streitbrecher. I don't know what I was saying. Äh, egal. Ähm. Ich finde interessant. Er sieht dich mit zusammengekniffenen Augen an. Sein Blick flackert ein kleiner Funke Brutalität auf. Dann blinzelt er und dreht sich zu seinen Männern. Der ist Fischi. Ich sag's ruhig. Der ist Fischi. Gut. Dann, ähm, gucken wir einfach mal, ob wir hier irgendwo noch lang kommen. Ich meine, der steht ja da oben. Und schon an der Mesken. Gucken wir, ob ich da hinkomme, so. Oder ist es der? Es gab. Ah. Frag der Mann mit den fröhlichen Augen und neigt den Kopf. Was hat er dich gerade gerade nennen? Ehm. Oh nein. Nicht das wieder. Du hast einfach von dem verdammten Kind gelogen. Nein, nicht noch so etwas. Was war das schon wieder für ein dreckiges Wort? Wieder so etwas wie... Was genau ist ein Streitbrecher? Ja, ich bin ein Streitbrecher. Arm und geknechtet. Du fuchtelst mit deiner Faust. Recht auf Arbeit. Okay, ich bin kein Streitbrecher. Ich bin Polizist. Oder wir wenden uns ab. Ja, was ist so ein Streitbrecher? Ein Kind of a worm. Content with mere survival. They come. They want to do our job for shittier pay. Screwing over both themselves and us. Everybody loses. Das ist aber nicht schön. Augenblick. Wo kommen die denn alle her? It's me. Somewhere in the ground, I think. Popping up like daisies. Okay, sie scheinen sie nicht besonders zu mögen. Gotta be bloody stupid or freaking evil to scam. Or I guess scared maybe. But scared of what? Of who? Er wirft einen Blick auf die Menschenmenge und kneift die Augen zusammen, als versuche herauszufinden, wofür die Leute Angst haben. Personally, I'd rather begleiten than scab. If the gentlemen shouting on the street came begging, maybe they'd have gotten something. Du nickst? Haben sie versucht, mit ihnen zu reden? Oder? Du schüttelst den Kopf. Ganz ehrlich, das ist doch besser, als zu betteln. Haben sie versucht, mit ihnen zu reden? We've explained the matters, but they don't listen. This lot would be reasonable and go home, if the big guy wasn't arreiling them up all the time. I was just messing with you. No one's ever seen a cop's scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cops for less money. Speaking of, what brings the RCM here, to the wild north? Come to see the strife? Ich brauche Hilfe bei einer gewissen Leichenproblematik. Ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Können Sie ihm ein bisschen Geld geben? Worum geht es bei dem Streich überhaupt? Ja, kommen wir fragen mal. Mal sehen, was er antwortet. Okay. The little boy I did good in his promise. Sein Versprechen? To get me into trouble. To seek the pigs on me. Pardon the choice of words. Not mine. What? What happened? Ja, genau. I was asked to look into that armor situation. Official union probe, you know. Track it down, see who took it. Did you? At first I thought, why not? Maybe the pieces can feed the strike. Buy us a few more days under the sun, you know. Serious me right for doing menial footwork. I dropped that probe right then and there and it still got me into trouble. One bad move is all it takes. Ich habe hier leider was übersprungen. Ich habe gerade auswärts in zweimal gedrückt. Also, vielleicht verschaffen Sie uns noch ein paar Tage Luft, wissen Sie? Also habe ich diesem Jungen einen Besuch abgestattet. Er sagte, er würde mich zu seiner Knastnutte machen. Er habe seine Augen überall. Die Bullen würden ihm aus der Hand fressen und er sei der König von Jamrock. Okay, dann geschieht mir recht dafür, dass ich solche Laufburschendienste verrichtet habe. Ich habe die Untersuchung an Ort an Stelle abgebrochen und sie hat mir trotzdem Ärger eingebrockt. Sagt er und lächelt. Eine falsche Entscheidung reicht schon aus dafür. Okay. Also hat Kuno uns benutzt, um was zu tun? Ihn Angst einzujagen? Die Rüstungsuntersuchung. Was haben Sie dabei herausgefunden? Aber ich will mit ihr darüber reden. Was anderes? Nicht viel. Technische Sachen, das war das interessante Teil. Okay, nehmen wir das erste auch noch. Es ist eine kleine Nusanz. Es ist alles gut. Er denkt darüber, nach einem Schluck aus dem Flachmann zu nehmen. Was für technische Details haben Sie in Erfahrung gebracht? Okay. Kim stellt einfach die richtigen Fragen. Der Helmet war der erste zu gehen. Der Kinder sagt, er hat sie weggebrochen und sie in die Säge gebrochen. Ich glaube ihn. Die Karten waren immer noch auf dem Mann, die ich letzte Mal gesehen habe. Es war zu schwer, zu entfernen. Also, wie ich zähle, es sind zwei Teile, die Gäuse und die Quirasse. Das ist, wo ich ausging. Zu viel Husten. Mehr als ein Job für ein paar Militier. Moment. Vier Teile? Helm, Quirasse, Handschuhe, Stiefel? Was ist mit der Hose? Ich werde ein Teil der Rüstung aufschauen. Ich werde die ganze Rüstung finden. Alle Teile. Ehrlich gesagt, habe ich vielleicht auch besser Rüstung zu tun. Okay, was ist mit der Hose? Oh, sie sind einfach weg. Sie existieren nicht mehr, wenn sie überhaupt nicht tun. Vergiss es über sie. Ich habe es. Okay. Okay, wir sind ehrgeizig, ne? Wir wollen die ganze Rüstung ausspüren. All of it? There are junior officers out there, eager to prove themselves. I would leave some for them, but okay. Let's find all of it. But okay. A mess, es ist epic, dann. All across Martinez. I hope it will be a real bonanza for you. Yay. Good. Danke für Ihre Mithilfe. No problem. If you see that kid, thank him for call me mañana. Thank him for showing me the way. The way. He is sincerely grateful. He is not tracking down pieces of armor right now. Okay. Dann. Was haben wir noch? Was können wir noch hier auswählen? Ich fing gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Könnten Sie mir ein bisschen Geld geben? Ich habe echt nur 3 Real und 89. 440 Cent sind, glaube ich, auch in dem Spiel. Sure thing, my friend. I can help you out. Ihr schnippt dir eine Münze zu. Oh man, ey. Entweder fallen lassen, oder... Komm, wir versuchen... Wir versuchen jetzt mal, die zu fangen. The coin-marrowing slips by your outstretched fingers and falls to the ground. What else? Oh, I'm sorry. Didn't mean to throw it like that. It's a thing we harbor-folk do. Passing around cargo and such. Wie eine Münze? Oh mein Gott. Was not meant as provocation or ridicule. Ja, alles gut. The boy, Dero, stirs at you with respect. Then gestures towards the trickles of blood adorning your clothes. Moment, da... Da wurde gerade was anderes gesagt, als da steht. Na gut. Du sagst nichts, sonst steckst die Münze ein. Ich hätte fast einen Herzinfarkt gekriegt. Oh, oder? Ja, komm, wir bedanken uns mal bei Kim. Right, always glad to help out the RCM. We're on the same branch, you and I. Humans, I mean. Not slitheric scabs. Ein Real mehr. Yay. Wir werden hier noch richtig reich bei Discolysium. Ich sag's ja. Okay, also wir brauchen Hilfe bei einer gewissen Leichenproblematik. Body still hanging in the tree? Hey, that's a rough pickle. Can't help you with that, sorry. Hm, schade. I'm not really an admirer of dead bodies. Might be someone else from the Union can run their assistance. Vielleicht. What's the matter with this wimp? Is he obstructing justice? Brennen Sie nicht so einen Schlappschwanz. Sie müssen mir helfen, und zwar jetzt. Heißt das, dass Sie mich durch das Tor lassen können? I don't operate in that capacity. I'm not a grantor of passage. The passage grants itself. Okay. Beneath the jolliness. He suddenly seems doubtful. So einfach ist es? Ich kann einfach hineinspazieren? Aye. Walk right past Measurehead and go in. Ein Schädelmesser vorbei? Yeah, the two and a half meter tall Semeni Supremacy is there. Walk right past him. Verstehe. Then press the button to unlock the door. Aha. Then go past him again. Okay. And you enter the harbor through the office. Está. Hm, irgendwie beschleift mich das Gefühl, dass es nicht ganz so einfach wird. Äh, verstehe. Ich glaube, ich habe vorher ein paar Fragen an sie. Ja. Don't worry. I'm sure it's not completely impossible. For example, you could best measure head in a physical confrontation. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das schaffe. Oder you could convert to a Semeni Supremacist Worldview. Or, hmm. Maybe it actually is completely impossible. Okay. Hat schon einmal jemand in einer körperlichen Auseinandersetzung besiegt? Hat schon irgendeiner der Streikbrecher versucht, seine Weltanschauung anzunehmen? Verstanden noch etwas? Oder was? Nur fragen wir mal, ob das schon mal jemand geschafft hat. Not yet, no. He's incredibly strong. Na, so sieht er auch aus. Nothing a couple of solid hooks from Dexter and Sinister won't fix. Nee, komm Körperapparat. Don't do this to me. Okay. Nehmen wir das noch? Jean-Luc himself would say the philosophy has proven overly heroic for the Scabs to convert to. Not enough intuition. Gut, verstanden. Noch etwas. Sure. Er pfeift eine fröhliche Melodie. Der Winzer zaust ihm den Schnurrbart. Ja, ähm, dann nehmen wir das jetzt auch noch mit dem Mordfang. Mord, huh? Das klingt wie viel hartes Werk. Du siehst nie, dass du mich einen Mord anzunehmen würdest. Eigentlich macht die Arbeit viel Spaß und geht leicht von der Hand. Aber das würde ich jetzt nicht behaupten. Da würde ich ja lügen. Okay. Sie haben recht. Es ist ein fast unmögliches Unterkauf. Ich bin zu 91% sicher, dass der Fall nie gelöst wird. Du flüsterst? Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem, was ich hier mache. Oder vielleicht wollen sie mir ja helfen, den Fall zu lösen, indem sie mir verraten, wer es war. Ja, das nehme ich mal. Natürlich, Polizei. Es war nicht ich. Du kannst mich ausrufen. Das ist leichter. Hm, wer weiß. Ich gehe da noch mal rein. Das klingt wie viel hartes Werk. Du siehst niemals, dass ich mich einen Mord anzunehmen würde. Ich glaube, dass es nichts wird. Wahrscheinlich nicht. Ich würde nicht even wissen, wie man damit anfangen würde. Das klingt wie viel besser hier in der Harbour. Für einen honesten Union-Mann wie ich. Okay, nettes Gespräch. Ich muss jetzt los. Alright. Was haben wir für eine Aufgabe gekriegt? Kuna hat dich belogen. Such ihn erneut auf und stelle ihn zur Rede. Alles klar. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Weil ich will die Folgen nicht zu sehr extenden, damit es nicht so viel Textwahl wird. Weil es ist nun mal sehr textlastig, weil es unglaublich viel Story hat. Aber hier setzen wir dann an. Ich check gleich mal Remote Play Quiver. Und wenn es so war, dann wird es wohl in Zukunft erstmal darüber aufgenommen. Weil, wieso nicht? Solange alles funktioniert, ja, die Qualität ist dadurch, zumindest die Mikroqualität ist dadurch etwas besser. Aber, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen, wenn ihr dabei wart. Ich streame in letzter Zeit sehr viel, deswegen sage ich das dazu. Jedenfalls, danke, falls ihr es bis hierhin geschafft habt. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mir auch gerne ein Abo schenken, da würde ich mich auch super, super, super drüber freuen. Ja, und sonst wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.